Gussi hat immer ganz viele Fragen. Da legt sich Schnuppi gleich hin, Alter. Und die nächste Frage lautet Ist Europa eine Katze? Das wollen wir jetzt erörtern. 1-8-7 sagt Ja, wir sind Katze. Wir rollen und rollen. Geduldig warten wir auf unser Geschenk. Quack, Quack. Digga, das sind ja Frösche. Wärst du lieber geflogen, Alter. Leander und seine Truppe auf dem Weg zum Steg. Da befinden wir uns jetzt. Gussi redet mit den Fröschen. Moritz, Lelle, was geht denn? Wir sind Katzen, Gussi. Katzen. Zu hart, Alter. Und wir sind am Ort des Geschenks. Judy Okes! Daulca. Daulca. Daalca. Staulca.